Hallihallo Leute und herzlich Willkommen wieder zurück bei Let's Play Bioshock 2 Remastered hier im Minerva Span oder den weiß ich jetzt nicht mehr genau DLC und ja wir sind in den Archiven aktuell und müssen hier ist ein Gatoraz Garden aber gerade vorhin benutzt wir müssen wieder nach unten denn wir haben das das Plasmid, den Gravity Well. Unsere zwei Bots sind auch immer noch am Start die halten sich sehr gut aktuell hier waren wir noch nicht drin sehr gut Kamera gehört uns Moment war das nicht? War das da nicht? Die das hat nicht auf nichts ausgehalten ich habe nicht mal gehört dass es zerstört wurde natürliche Tarnung oh das ist neu du brauchst etwas Ruhe und Frieden dann verwende natürliche Tarnung hört einfach auf dich zu bewegen schon wirst du unsichtbar denk daran nicht zu sehen heißt zu glauben das ist geil weg mit dem Trinker also das ist ein geiles das hätte ich auch ich höre den Big Daddy den wir noch brauchen oh nicht mich So, ihr zwei, seid ihr bereit für einen fetten Kampf? Huch, ich dachte, ich hätte einen Bienenschwarm angewendet. Huch, das waren die falschen Nieten. Huch, das war ein harter Kampf. Oh, nee. Sobald du mit der nächsten Sister fertig bist, musst du bereit sein, um deinen Läden zu kämpfen. Oh, wenn ich die abgebe, kommt eine Big Sister. Sind Meg und Diana, oder wie die auch hießen, zerstört worden? Sieht so aus, ne? Oh, ich hätte mich noch heilen sollen, egal. Ja, gut. Erstmal, hecke ich das hier. Treibstoff, wird wieder Zeit. Schrot ist okay, Nieten auch. Und den Rest kann ich nicht holen, wegen Gründe. Ach, Gegenstand auch, ausverkauft. Schade. Dann, äh, benutze ich die, so, Mini-Geschütze. Da ist ein Geschütz, das macht mich, macht mein Zeug sonst kaputt. Ich stelle eins hier oben hin. Ist das gut? Ja, das müsste er gehen. Okay. Ähm, 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 ist klar. Er ist ein Engel. Dann, äh, kümmer du dich darum. Vielleicht ist er dort nicht mehr so schlecht platziert. Gemein. Er will das Erd verstecken. Ist doch wirklich nicht schlecht platziert dort. So, der Schwarm arbeitet eh selbstständig. Ich bleib mal unsichtbar hier. Huch. Huch. Danke. Cool, komm mit. Echt? Das finde ich aber nett. Okay. Das hat's doch gut gebracht dort hinten. Ich hätte es nicht gedacht. Hat ein paar Gegner aufgehalten. Und unser aktuelles Ziel. Weißt du was? Ich mach das hier mal so. Und jetzt hol ich mir das da oben noch. Sehr gut. Und ich hab's schon wieder genug. Ich hab 40. So. Hab ich das Upgrade hier auch noch gemacht. Nur kurz nachschauen. Ich könnte wieder Treibstoff holen. Ich hab das hier eh schon gehackt. Dann, wenn ich schon hier bin. Zack. Dann hier wieder auffüllen. Den Rest lass ich wieder. Gut. Wir haben alles, glaub ich. Dann gehen wir jetzt wieder raus. Bevor ich jetzt den... Die Maschine sagt jede deiner Handlungen voraus. Bis du den Kern des Thinkers erreichst. Die Gleichung endet ganz einfach. Ich lasse nicht zu, dass so ein Fehler passiert. Tja, die Maschine hat schon vorausgesagt, dass wir gewinnen. Tja. Kann man halt nichts mehr dran ändern, ne? Gut. Bevor ich jetzt hier... Irgendwas tue. Hier muss ich noch hin. Ich bin auch hier drin. Wahrscheinlich mach ich das hier direkt. Dann kommt aber auch die Big Sister. Das wird, äh, ein harter Kampf. Ich will aber noch... Bevor ich jetzt irgendwas tue. Irgendwo war hier noch ein Raum, dem ich nicht weiter konnte. Das ist der hier unten? Ne. Der hier? Vielleicht? Robotics war es nicht. Irgendwo war eine zweite von dieser Magnettür, aber ich weiß jetzt nicht mehr, wo die war. Hier war es nicht, ne. Unten, hier haben wir alles erkundet. Egal, ich werde die schon finden. Mein aktuelles Ziel ist es eh, erstmal hier rauszukommen, ohne dass ich draufgehe. Du siehst mich nicht. Okay, wir haben zwei Mini-Geschütze. Wenn ich eins hierhin platziere... Ja, es sind vielleicht nicht so gut platziert. Obwohl, da kommt wahrscheinlich keiner ran, also... Was? Wie? Egal. Haben wir halt nur noch eines. Toll. Dann... Machen wir noch den Fallen... Die Fallennieten hierhin. Zack. Bisschen verteilen. So, ich hoffe, das, äh... Reicht an. Verteidigung hier. Probieren wir's. Sollten wir hier einfach unsichtbar stehen. Naja, die sehen mich halt nicht. Ist schon... Sie hat sie an. Aber es ist ein Fallen. Ich hab dich fein! Du hast mir zu geholfen! Komm! Gib! Das machst du! Ich hab dich! Manchmal sind wir die Rosen übereinig! Ich bin jetzt nicht. Ich bin jetzt nicht. Ich bin dran. Du darfst dich. Du darfst dich nicht. Ich bin dran. Hast dich einer gesagt? Das erde hier. Au! Komm her! So, jetzt kommt die Big Sister. Probiere jetzt mal die Explosionszellen aus. Du bist fest! Sind wir jetzt wieder zusammen, Baby? Noch nicht. Müsste nicht jetzt die kommen? Oder erst wenn ich's abgebe? Zack! Oh! Krass! Braucht sehr viel Munition, aber ist auch sehr effektiv. Die Musik gefällt mir grad grad gar nicht. Komm hier rein! Alter, was? Alter, was? Ich wollte eigentlich die Alarm... Hier, Alarmsystem. Sollen sich auch mal ein bisschen drum kümmern. Ja! Alter! Lass mich doch vorbei! Huch! Das... Das waren die Fallen. Alter! Drei von denen! Ich bin angeschlagener als, äh... Mit nem Fight... Ja, den Viking, die Big Sister hatten wir ja noch nicht. Einer hat... Einer hat... Einer hat... Einer hat... Einer hat... War nicht hier irgendwo... Kann ja wieder mitnehmen. Genbank, hier. Zirkus der Werte. So, alles aufgefüllt. Hier noch einmal den hier. Laser brauche ich nicht. Nieten ist auch gut. Den Rest kann ich gelassen. Sehr gut. Was ist das für ein schwerer Gang? Ein Big Daddy? Hm, egal. Ja. Big Daddy. Müssen wir nicht mehr töten. Das ist die letzte, die wir abgeben müssen. Die Zahlen stimmen nicht, aber sie müssen stimmen. Sie stimmen nicht, aber sie müssen stimmen. So. Geh du weg. In Sicherheit. Ich kümmere mich um den Rest. So. Die sollte gleich kommen. Ah. Cool. Wir haben ein Geschenk. Und... ganz gut. Ich kriege einen Scherz. Ich kriege einen Scherz. Ich塢ne mich. Ich schwaze mich. Ich schnaess mich. Ah nicht. Alter, krass. Die Big Sister hat Adam entzogen von einem anderen, um sich zu heilen. Das habe ich auch noch nie erlebt. Fühlt sich Adam. Nice. Und jetzt nochmal zurück zum Gendraskar. Und er wäre ganz hinten, ne? Habe ich hier irgendwo unterwegs sein? Ich will jetzt nicht den ganzen Weg. Ich muss zurück. Gut, dann, äh, ich gehe auch zurück. Weil, ich will das. Was auch immer es sein wird, es ist sicher gut. Das heißt, wir müssen halt den ganzen Weg nochmal zurückgehen. Ich hoffe, ich gehe richtig. Zum Warenhaus und hier gerade. Ja, nice. Herzlichen Glückwunsch. Du hast deine erste Belohnung. Na, die erste. Ich glaube, ich... Gibt es im DLC noch eine zweite? Stolze Eltern. Äh... Noch mehr Adam. Ja, das noch mehr Zeug, das ist gut. Äh, ich... Hab nichts mehr, um... Ich habe aber genug Adam, um mir Slots zu kaufen. Äh, Gentonika-Slot. Die stolze Eltern haue ich mir rein. Äh, Insektenschwarm 2. Hau ich mir auch rein. Der ist super. Küder, Verkaufsexperte. Boah, der Rest. Der Eve schon. Der ist eigentlich auch ganz gut. Aber können wir das nehmen? Können wir noch einen weiteren Slot kaufen, ist die Frage? Komm, geh nach oben. Scrollen. Hallo? Können wir nicht. Ist voll. Können Hypnotisieren holen. Aber nicht Hypnotisieren 2. Soll ich mir einfach Eisblast gönnen? Kommt, dieser nicht. Start Sicherheitskommando. Ja, ja. Eisblast 2 geht wieder nicht. Gut. Das war's auch. Das heißt, wir haben so gesehen... Das Gebiet erkundet für... Zumindest im Big Sister Bereich. Äh, Big Daddy Bereich. So. Das heißt, jetzt können wir nur noch zurück... Oh, nee, falsche Taste. Hier. Zurück, um die Tür zu öffnen. Das heißt, wir können nur dem aktuellen Weg folgen. Hier haben wir schon aufgeräumt. Das mit dem Gefrieren ist halt schon ganz geil. Ich will jetzt noch mal nachschauen. Denn hier gibt's ja auch noch einen Zweig. Ich will nur nachsehen, ob das auch so eine Magnet-Tür war. Ich glaube zwar nicht. Nee, das war eine Überflute... Ja. Da war das Gebiet überflutet. Da konnte man nicht weiter. Achso. Ah, ah, ah. Interessant. Ähm, ich muss wohl oder will geradeaus? Das habe ich so das Gefühl. Aber gab's hier nicht irgendwo noch? Ich will eins nach unten. Hier ist nichts. Nach oben. Hier war ich schon. Das war die Werkstatt. Ich dachte, es gäbe noch eine zweite Tür. Aber ganz ehrlich, ich... Vielleicht das hier. Das könnte sein. Dazu müsste ich hier nach oben. Der Weg führt mich... ...nach unten, oder? Zu Operations. Also gehe ich mal hier hin. Kurz überprüfen. Ach, hier ist auch ein Great Ross Garden. Toll. Ich will hier hin. Das heißt, ich muss mich hier links halten. Nur kurz zum Überprüfen, ob ich hier nicht... Ah, ich kann hier auch ein Gethoniker-Slot holen. Aber ich habe nur 75. Besser als nichts auf jeden Fall. Äh. Ja, komm. Ich will hier unten... Habe ich jetzt hier noch das Zeug? Mein Mausrad ist im Arsch. Ach nee, es ist... Hier geht es nicht weiter. Schade. Kameras und Geschütze brauchen länger. Gut, lasse ich so stecken. Brauche ich aktuell gar nichts in dem Fall. Nee, eins weiter. Hier ins Büro. Was macht denn hier drin? Gravity well? Huch. Hä? Ach so, muss ich das da hochschmeißen? Ach so. Cool. Wir sind drin. Es ist mir zu Ohren gekommen, dass eine gewisse berühmte Bronzestatue in Minerva's Den aufgestellt wurde. Ein Abguss des Originals zumindest. Dererlei Luxus hinterlässt eine Spur. Falls dieses kostspielige Souvenir Plünderer an meine Haustüre lockt und ich gezwungen bin, sie niederzuschießen, werde ich sie dafür verantwortlich machen. Das war doch nur eine nette Geste. Hallo? Naja, ist Ryan halt. So, äh, ich wollte extra nochmal zurückgehen, weil wir sind schon wieder über der Zeit. Ich mach mal hier einen Cut und das erkunden wir im nächsten Part und dann gehen wir natürlich auch Richtung Hauptquest. Also gut, ich... Ah, der Hauptquest, Moment. Ah, die Bots, stimmt. Operativen Apps. Vielerhafte Staubsen-Bots machen, äh, aha. Und hier haben wir halt auch noch... Einen Staubsauger finden wir nicht, aber ganz ehrlich, ich geh jetzt nicht auf die Suche danach, weil... Entweder finden wir es oder finden wir es nicht. Fürs DLC muss ich hier nicht einen, äh, Staubsauger suchen gehen. Also gut, wir sehen uns wieder im nächsten Part. Bis zum nächsten Mal.